Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Das hier ist das Touchfire, ein ehemaliges Kickstarter-Projekt, was es jetzt in ein finales Produkt geschafft hat, nach Monaten der Entwicklung. Fällt ziemlich dünn aus, schiebt sich geland unter das Smart Cover und bringt so ein bisschen, ja, Haptik zurück aufs Glas. Die Ausrichtung, wenn man so zehn Finger schreibt, mit den Zeigefingern auf dem F und dem J, funktioniert sehr, sehr gut. Es lässt sich sogar leicht die Hand ablegen, ohne dass eine Taste gedrückt wird. Ist natürlich nicht so präzise wie eine Plastiktastatur, ist natürlich auch nicht so groß wie eine Plastiktastatur. Der Gummiüberzieher insgesamt ist gut verarbeitet. Ich würde sagen, da nutzt sich erstmal nichts ab, heftet sich so magnetisch an die, ja, Außenkante vom iPad 2 und dem neuen iPad. Ist kostspielig mit 45 Dollar und man sollte sich nicht zu viel erhoffen. Also das, was im Video so richtig toll aussieht, funktioniert in der Praxis so, hm, ich bin ein bisschen schneller beim Tap-Typing-Speed-Test und die Ausrichtung der Finger funktioniert gut. Allerdings, was man hier kurz im Video gesehen hat, speziell, wenn man Deutsch schreibt, das Ü und so Ös, sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und es ist ein echtes Problem, dein Touchfire.